Moin Leute, Trimax hier. Willkommen zu diesem wunderbaren und absolut ungeschnittenen Video. Ich werde jetzt hier einfach mal ganz kurz erzählen, was hier abgeht. Heute gibt es leider kein anderes Video außer dieses hier, weil ich mir bewusst gedacht habe, nee Leute, wer mich heute sehen will, der muss in den Stream kommen. Wir haben nämlich heute einen 24-Stunden-Stream. Wird unglaublich geil. Wir haben nochmal ein paar Pokémon-Booster, die wir aufmachen werden. Wir haben ein riesiges Diddle-Case-Opening, Leute. Ich habe eine Diddle-Mystery-Box gekauft. Die Pokémon-Mystery-Boxen sollten im besten Fall heute noch ankommen. Wir prayen auf jeden Fall für. Wir haben geile Gäste. Rezo ist heute wieder am Start mit seinem ersten Stream. Wir werden später auf jeden Fall Rust auf dem neuen Server spielen. Craft Attack wird mit Spark of Phoenix heute richtig durchgegrindet. Also bei PogWords wird ordentlich geprogressed. Wir werden heute Abend um 23 Uhr mit Trimax, Papa Platte und Basti GHG Spiel des Lebens spielen. In der Nacht ziehen wir uns ein paar Serien und Dokus rein und so weiter und so fort. Morgen dann wieder ein bisschen Counter-Strike, Rust und vielleicht eine Runde Ultratalent live und stehen die Türen eigentlich so gut wie offen. Wir können machen, was wir wollen. Soll ich sagen, ich habe übertrieben Bock drauf. Ich freue mich sehr. Der 24-Stunden-Stream geht um 13 Uhr gleich los, also in ein paar Minuten quasi. Macht euch bereit, holt euch geile Snacks ran, ein paar Red Bull und dann auf die Bank, Leute. Und dann rein hier, ja. Ich würde mich, wie gesagt, sehr freuen, wenn ihr vorbeischaut. Heute gibt es kein weiteres Video von mir. Vielleicht gibt es noch irgendwas Highlight-mäßiges aus dem Stream. Glaube ich aber eher nicht. Ich will mich heute full Fokus auf den Stream geben. Ich habe richtig, richtig Bock drauf. Das ist mein erster 24-Stunden-Stream seit, boah, Digga, ich weiß es gar nicht, seit vier Jahren oder seit drei Jahren. Also ich bin mal gespannt, ob ich das auf die alten Tage noch hinbekomme. Ich freue mich auf jeden Fall echt unheimlich drauf und würde mich, wie gesagt, unglaublich glücklich schätzen, wenn ihr vorbeikommt und wir heute den einen oder anderen kleinen Rekord aufstellen. Das wäre doch ganz geil. Mein Sohn und ich sind auf jeden Fall am Start. Und ich würde sagen, meine Freunde, das war es auch schon von diesem wunderschönen Ankündigungsvideo. Das habe ich echt gut hinbekommen, muss man sagen. Also Max kriegt das auch ganz gut hin. Falls ihr bis hierhin geschaut haben solltet, schreibt doch gerne mal ein 187, ich bin dabei, in die Kommentare, damit ich weiß, dass ihr am Stream da am Start seid. Und dann sehen wir uns gleich um 13 Uhr im Livestream. Peace out, Leute. Ciao. So, jetzt hier noch beenden die Aufnahme. Klar.